Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube. Wir sind hier gerade im Sophienhof und hier ist so eine coole Greenscreen aufgebaut. Mit Lampen dran. Und hier kann man ein cooles Selfie machen, das man sich dann selber schicken kann. Und Ash ist auch gleich der Erste, der das mal ausprobiert. Steht er? Hier ist er in Position. Da ist der Bildschirm. So und jetzt müssen hier ein paar Sachen eingetippt werden. Einmal auf Start. Jetzt kann man sich hier ein Motiv aussuchen. Du willst die Katze nehmen? Soll ich da hoch gucken? Einfach hoch zur Katze. Hoch zur Katze. Die Kamera ist auch geil. Okay, wir nehmen die Katze. Und dann einmal auf Foto drücken und los geht's. So, man muss sich in Position bringen. Und dann geht's gleich los. Fünf, vier, drei, zwei, eins und... Foto ist geknippt. Hier kommt es jetzt. Da ist es. Hier ist das Foto. Und das schicken wir uns jetzt gleich mal zu, ne? Ja. Dieses Selfie nehmen wir mit. Und das schicken wir per E-Mail an... Tipp... Also hier wird jetzt einmal die E-Mail eingetippt. Und dann kriegt man das Bild per Post. Per E-Mail. Die E-Mail wird versendet. Dann müssen wir es uns alle zusammen nochmal hinstellen. Wie brauchen wir das? Na klar. Ja? Auch wenn vor die Green Screen. Und schon ist die E-Mail versendet. Genau. Ja? E-Mail erfolgreich versendet. So. Dann stellt euch mal raus. Ja, aber ich möchte die Green mit dir hin. Ich möchte jetzt auch suchen. Okay. Erst such das aus. Jetzt machen wir nochmal ein Gruppenfoto. Ne, lass uns doch mal lieber die Pinguine nehmen. Ehrlich, die Pinguine? Das passt nicht gerade nicht, weil wir haben es nicht so warm angezogen. Ach ja. So besser. Dann los, stell dich mal hin da. Komm. Komm Max. Hm. Ich löse das mal aus hier. Und? Foto. Ja. So, bringt euch in Position. Ja. Ich will ja auch noch mit drauf. Ja. So, unser Bild ist fertig. Dieses Selfie nehmen wir ab. Ja. Und dann schicken wir uns das nochmal wieder zu. Das ist richtig cool. Ich möchte auch noch eins machen. Einstimmung. Okay. Und jetzt, Max, du bist dran. Okay. Such dir mal was aus. Was möchtest du denn? Warte mal. Nimm ich beim Fußball. Beim Fußball. Nimm mal Fußball. Fußball ist cool. Ja. Und hier kommt schon der Fußball-Hintergrund. Du gehst nochmal kurz zur Seite. Ja, kannst du auch. Genau. Ja, das ist cool. Also Max, nimm doch nicht Fußball. Nein. Und mit dem Clown. Genau. Ja, so. Fünf, vier, drei. Hüberti haben wir. Hoch in die Ecken rein. Nein. So. Fertig? Ja, cool. Das nehmen wir ab. So, Max ist auch fertig. Jetzt fehlt noch ein Foto. Kann man mal ab. War doch gerade nicht weg zusammen. Nee. Eigentlich. So. Ja, genau. Am Strand. Das? Nein, lieber das. Also. Machen wir es. Ja, gefasst ist nicht zu weit. Machen wir es. Ja, gefasst ist nicht zu weit. Ja. Du willst schon in die Mitte, oder? Ja. Oh, da ist ja schon Schluss. Dann schütz dich mal vor den Wellen, die alle auf dich wurden. Und die Arme höher. Ach so, du stehst ja sowieso. Du stehst ja auf dem Surfbrett. Das sehe ich jetzt eher. Du musst ein Bein nach vorne machen. Wieso? Nee, so nach oben. Als wenn du auf dem Brett drauf stehst. Ja, ein bisschen höher. Schlucki. Und die Arme auseinander. Und surft so. Genau. Damit du die Balance hältst. Perfekt. Fünf. Nee, geht doch gar nicht los. Ne. So sieht das in echt aus. Ja. Ja. Drei. Zwei. Eins. Und. Schnipps. Auf. Fertig. Mach mal ganz surfen. So dieses Bild nehmen. Ja. Schicken. Dann tippen. So und jetzt waren wir wirklich alle drauf, oder? Ja. Und die Fotos, die gucken wir uns nachher alle an. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.